Hallo Kochfans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge in der Cooking Area. Heute machen wir zusammen eine Minzerbsensuppe. Die Zutaten seht ihr schon einmal hier und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Die Zwiebeln und die Kartoffeln müssen geschält und anschließend gewürfelt werden. Dann kommen sie in einen Topf und werden angeschwitzt. Nun geben wir die tiefgefrorenen Erbsen hinzu und lassen diese etwas mit anlänzen. Brühe und Sahne gießen wir auf, dann lassen wir alles aufkochen, würzen etwas mit Salz und dann noch einmal 15 Minuten leicht köcheln lassen. Die Minze geben wir zu der Suppe, anschließend pürieren und dann durch ein feines Sieb gießen. Die Suppe geben wir wieder in den Topf und würzen mit Salz, Pfeffer und wenn ihr wollt etwas Cayenne-Pfeffer. Die Minze gibt dieser Suppe einen frechen, frischen Kick. Das war das Video für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, hinterlasst mir doch bitte einen Daumen nach oben und kommentiert das Video. Hier unten könnt ihr weiterhin den Channel völlig kostenfrei abonnieren. In der nächsten Woche gibt es dann das erste länderspezifische Video und zwar mein Länderwunsch und das ist England. Was es dann gibt, werdet ihr sehen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch jetzt viel Spaß und kocht weiter!